Wie lachen denn die Affen? Na hört mir mal gut zu, wenn man Affen kitzelt, die lachen Huhuhuuuhuuu, huhuhuu, 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 so lachen wir jetzt auch. Huhuhuu, huhuhuu, huhuhuu und halten uns den Bauch. Kinder, die Unterlippe nach vorne, Bauch halten und dann ganz laut wie die Affen. Huhuhuu, huhuhuu, huhu, so und jetzt brauch ich die Erwachsenen, ja? Wie lachen die Erwachsenen? Es sind ja welche da. Lasst uns die mal fragen. Wie lacht ihr? Ha, 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 so lachen wir jetzt auch. Ha, 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 und halten uns den Bauch. Kinder, den Mund ganz weit aufmachen, wie die Erwachsenen. Bauch halten, dann geht's los. Ha, 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 ha. Ich sag's noch mal. Das Lachen macht viel Freude und ist auch sehr gesund. Drum lacht noch mal so laut, ihr könnt aufs Bauch und Herz und Mund. Hört mal. Hi, 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 ho, ho, hu, ha, ha. Dieses ganze schöne Lied ist nur zum Lachen da. Wisst ihr was? Jetzt haltet euch einfach am Bauch und dann darf jeder und jede so laut lachen und so, wie sie möchte oder er möchte. Ho, 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 ha, 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 ha. Klasse. Kinder, das war das schönste Lied vom ganzen Nachmittag. Aber ich muss noch was sagen zu dem Lied. Und das müsst ihr euch auch merken. Das müsst ihr euch wirklich merken. Und zwar habe ich doch eben gesungen in dem Lied, dass das Lachen sehr gesund ist. Wer von euch hat denn schon gewusst, dass das Lachen sehr gesund ist? Einige haben es gewusst. Bitte alle anderen, bitte alle Kinder, merkt euch das bitte. Das Lachen ist sehr gesund. Das müsst ihr euch merken. Und jetzt passt auf, was der Jupp euch sagt. Wenn ihr selbst lacht, dann ist das für euch selbst gesund. Wenn ihr jemand anderen zum Lachen bringt, dann ist das für den anderen gesund. Ist das nicht toll? Könnt ihr euch das merken? Ja. Ja.